So, weiter geht's! Wir haben die Schallgrätsche und wir haben die Schallgrätsche. Wenn du die Schallgrätsche angelegt hast, drückst du für eine Luftgrätsche und mein zweites Mal zu beschleunigen. Ich habe den ersten Text nicht gelesen, war vielleicht ein bisschen dumm. Rückung von vier für eine Luftgrätsche. Ja, das kennen wir ja schon. Ah ja, ich verstehe. Rückblende, ja. Gönnen. Sie kommen zu Paris in der darkesten Zeit, Captain. Es wird eine firmige Hand geben, um die Weak-Minded zu retten, von sich so schnell verletzten. Verletzten? Sir? Für 20 Jahre, ich habe die Gypsies gehalten. Und zwar, für all meine Erfolg, sie haben sie thrived. Ich glaube, sie haben eine sicherheit in den Städten dieser Stadt. Was werden wir damit tun, Sir? Stammt sie aus. Ein... ...ein... ...ein. Du machst deinen Punkt ziemlich vivid, Sir. Ich habe gar keine Ahnung. Siebzehntes Jahrhundert. Achtzehntes? Keine Ahnung. Guck mal nach, ich habe bestimmt Wikipedia-Titel. Gleitsichel. Erhalten. Gleitsichel. Gleiten. Achso, ich muss ja noch ausrüsten, ne? Gleithagen, Gleitsichel. Mit diesem Komm... äh, diesem Kommandos kannst du von... mit Viereck ausgerüsteten Gleitkommandos und einen Kommando rübergehen. Nice. Brück X beim Gleiten. Gleithagen und Gleitsichel müssen unter einem Gleitkommando angelegt werden. Gleiten. Äh, äh, äh. Äh, 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 äh. Ach, jetzt bin ich im Kampf, jetzt geht's nicht. Jo, jo. So. So, warte mal, hier, ne? Gleitsichel? Ne, warte mal. Achso, ein Duftgrätschel taucht ich dann aus durch. Achso, das ist separat, okay. Das ist merkwürdig. Egal. Noch irgendwas hier rumfliegen? Nö. Machen wir das gleiche nochmal. Nur Riku, okay. Einverstanden. Bam, bam. Dann kann ich noch. Yeah. Oh. Gut, meinetwegen auch so. Bam. Bam, bam. Neue Stufe. Aua. Ich bin froh, ich auf jeden Fall auf was, wo ich ein bisschen höher mitspringen kann. Das würde mir auch gefallen. Aber dann fühle ich mich doch schon ein bisschen stärker und cooler auf jeden Fall. Während der Kämpfe. Äh. Äh. Ja, aber die bewegt. Ich stürze bald. Leider. Auch echt ein bisschen nervig. Ach, Riku. Du, Lutscher. Das wollte ich sagen. Aha, so. Äh. Besiege alle Geister. Blocken mindestens drei gegen die Schadengriffe. Boah. Ich versuch's mal. Ups. Der Sturz nimmt dann mal hinzu. Ups. Ich stürze gleich in ein tiefes Grab. In ein tiefes Loch. Ja, geil. So, jetzt fähre ich mal hier. Schnell, bitte. Machen wir mal hier. Ich kann nichts. Okay. Aua, aua, aua. Das ist keine Zeit für so einen Scheiß. Wäre schon ärgerlich, wenn ich das nicht schaffen würde, ne? Mädchen, ich schaff das nicht, haha. Mann, du sollst Dinge tun. Riku, Nord, Turunsohn. Alter, der viel Leben. Was ist denn da los? Sehr gut. Ich lebe was von 1482 beim Überfliegen, aber unsicher. Okay. Habe ich mich ja ein bisschen geirrt. 15. Jahrhundert. Gut, war ich. Ich habe 16. oder 17. das gesagt, ne? Ja, das waren halt auch so Zeiten, wo du noch nicht so, keine Ahnung, die Zeiten haben sich nicht groß von anderen unterschieden, glaube ich. Äh, ne? Warte, ich bin so, oh, der Notre-Dame wurde doch eher als 15 oder 8, äh, ne, warte mal. Wohl, ne, das gibt keinen Sinn, was ich hier gerade erzählen will. Egal. So, drei Sekunden noch. Guck mal, können wir doch perfekt hier speichern. Ist hier noch irgendwas sonst? Nö. Mit Sora dann gleich kannst du dich ja wieder ein bisschen um die Traumfänger kümmern. Ich könnte es auch lassen. Für den Rest des Spiels einfach. Wäre es auch eine Option? Ich will in irgendeiner lustigen Position einschlafen. Irgendwie während ich gerade die Wand hochlaufe oder so. Wie mache ich das, dass ich noch... Ach so, Euriko. Warte. Einfach, ich muss den Kreis in einer neutralen Position drücken. Dann fliege ich ein bisschen weiter nach oben. So. Okay. So. Ballon. Ein Lernspielzeug. Mit dem Ballon spielen, wenn du dann geil spielen kannst. Übrigens. Passt. Wurde in den Jahren 1163 bis 1345 errichtet. Gut. Dass das ein paar mehrere Jahre dauert, habe ich mir gedacht. So viel hätte ich dann aber auch nicht gedacht. Aber gut. Heutzutage bauen sie sowas in einer Woche auf. Tja. Wie das so möglich ist. Kapitalismus regelt. Okay. Äh. Ich soll mich um die Viecher kümmern, sagst du? Warum bin ich im Kampf? Das prangere ich an. Sir. Ich bin hier gerade auf dem gleichen Wege schon wie Riku, ne? Weg mich auf den gleichen Strecken. Was ist denn jetzt passiert? Warum konnte ich nicht? Egal. Aua. Mein Gott. Ich dachte schon, ich verleck nochmal. Da werden schon Soundfines doppel und dreifach abgespielt. Einer Freundschaft plus. Habe ich gerade gekriegt. Ja, dieses Ballon ist nicht das Gebäude, aber ich habe es verstanden. Den Ficker müssen wir auf jeden Fall noch etwas leveln, um Immunität zu bekommen. Mhm. Da ist was dran, auf jeden Fall. Chance auf Erhöhung des Abwehrwertes, aha. Was auch immer. Okay, was bauen kann ich immer noch nicht. Gut. Aber ich kann ja ein bisschen hier, ne? Ah, da passiert nichts. Kann das sein? Das dauert es einfach. Ah, ein bisschen dauert es. Der Ficker möchte doch nur ein bisschen angefasst werden. Aha. Das ist gut, ich weiß es nicht. Du kannst jederzeit wild bauen. Immerhin ist leer und auch in zwei Teams. Auch bei Riko. Ja, manchmal wollen die auch nicht angefasst werden. Hey, Link ist nach oben gegangen. Das ist doch gut. Yeah? Ja, genug gekuschelt hier. Machen wir dir weiter. Guck mal, du bist noch hier. Du bist aber richtig Bock, Alter. Direkt. Hm, 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 hm. Falls das dritte Vieh hier auch Leon ist. Weiß ich gerade gar nicht. Werden wir gleich rausfinden, denke ich. Seon-Bau noch ein neues Tier und ersetze ihn. Okay. Hey, da war richtig Bock. Ich hab's hier vergessen. Achso, Eddie. Steht da unten, ja. Vorher die Bretter checken. Ah, ja. Ja, stimmt. Soll ich vorhin mal. Alter, 3 plus 13 Liebe, Alter. Richtiges Pulverfass, ey. Alter. Eddie hat richtig Bock. Ich mach's noch bis zum nächsten. Fuh-wop. Ja. Hi, Leon. Hi, Leon. Hi, Leon. Ja, komm. Ich streiche immer mit dem Wishpad hier. Und spiel mit denen was Neues für die Trophäen, Freh und die EP. Ja. Hatte ich tatsächlich auch gerade ein bisschen vor. Ist auch so butschig. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir meine Bauchhaare gesehen. Lass mal mir runtergucken. Kein Bock mehr. So. Die Frage, ob ich denen schon was geben will. Ja, mach ich. So, was ist das hier nochmal? Das war das Außerweilballon-Spiel. Biu, 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 biu. So, abbrechen. Brustbarung als ich. Ich hab mehr Brustbarung als die meisten Leute irgendwie, die ich kenne. Ist halt so. Hab ich mir nicht ausgesucht. So, was ist das Lernspielzeug Wasserfass? Schiebe die Geister innerhalb des Zeitlimits durch das Wasser und Preise zu sammeln. Kannst Vane erzeugen, um mehrere Geister auf einmal zu schieben. Oh nein, die Musik. Kannst Vane erzeugen, um mehrere Geister auf einmal zu schieben. Verstehe ich noch nicht so ganz? Oh, hi. Ich verstehe die Aufgabe nicht so ganz. Es ist basically... Äh, oh. Ah, er ist gestorben. Es ist ein Spiel namens, äh, Pinboy. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Weiß nicht. Ah, okay. La, ha, 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 ha. Cool. Ha, ha, ha. Oh, oh. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ich bin ganz weit entfernt von den 400 Punkten. Holy Shit. Ah, ja, okay. Kann auch so ein bisschen spielen. Hab ich verstanden. War wahrscheinlich ziemlich schlecht, aber macht ja nichts. Wo steht denn die, hier steht auch nirgendwo die Stufe des Geistes, ne? Oder bin ich blind? Glaube nicht. Dann mach ich dir alles, ne? Das wär ne Option. Drück auf Stufe. Ach so. Okay. Krass. Oh, cool. Oh, cool. Immunität. Okay, die notwendige Stufe. Ah, okay. Das ist ja krank. Hm, nehm ich das? Ach, nö. Vielleicht auch doch, weiß ich nicht. Äh, okay. Hier müssen wir doch mal gucken. Chameur. Das ist doch eigentlich sexy. Was ist das da? Giftsturz. Ja, Angriffskraft. Da will ich eigentlich hin. Entschuldigung. Komm, ich geh erstmal voll auf den hier. Nee. Schade, aber auch. Komm, wo plus? Ja, will ich eigentlich schon haben, ne? Äh, steht da, wie viele Links du ab jetzt machen musst? Nö. Soll ich die vielleicht doch lieber in der Gruppe lassen erstmal, damit ich das eben mal fertig machen kann? Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, ne? Fünf Links musst du tun. Ja, aber nicht noch, oder? Insgesamt, ich glaube, ich stand da erstmal auch. Ah, ich kann mich auch irren. Wie du magst. Joa. Ups. Was hab ich denn noch so hier? Leon ist echt weit. Noch fünf. Okay. Leon ist bei Riku. Aha. Sehr interessant. Boah, ich hasse alles. Ah. Ist warm. Ist so unfassbar warm. Wie du magst. Ich weiß nicht, was ich mag. Tatsächlich. Das ist jetzt so. Ich will da in den Wild schmieden. Okay. Ist ja neu. Ja, ne? Ne, warte mal. Wie war das noch? Da muss neu dran stehen? Ne. Ne, der ist neu, oder? Ich bin grad echt verwirrt. Ja, guck mal. Hier steht neu. Hier sind Ausrufezeichen. Den hab ich ja auch schon. Das weiß ich. Ausrufezeichen neu ist neu. Warum müssen wir da bei dem auch mal so zeigen? Ich bin der. Boah. Ich will einfach nur die Potions dafür verwenden. So. Random Dinge. Soll das ein Schaf sein? Tama Schaf. Ja. Äh. Ja. Oh nein. Äh. Ähm. 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 Anal Bock. Ich glaub, es geht nicht. Ist ja. Es ist ja ein Schaf, ne? Also ist es. Kein Bock. Ich glaub, ich kann auch Leerzeichen machen, aber... Oh, es passt sogar gar kein Bock hin. Höh. Wow. Ich dachte, wir gehen da links. Ah, gehen da links. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt hier ein Gehen mache. Ja doch, guck mal. Tod deine Kreativität. Hallo, ich find das voll gut. Gar kein Bock. Oh Gott, im Himmel. Äh. Ich hab auch gar keinen Bock. Lalalala. So. Wen schmeiß ich dafür raus? Ja, ich weiß. Leon ist schon irgendwie ein Hurensohn. Muss man schon mal sagen. Ach komm. Ripp Leon. Wobei ich den natürlich gerne in die Gruppe nehmen würde. Machen wir natürlich so, ne? Ich geh einfach nur nach dem Level. Weißt du, ich denk mir, der ist Level 9. Am niedrigsten. Der muss noch ein bisschen. Aber ich hab keine Ahnung. Habe es nicht direkt verstanden. Da kannst du ihn ja wechseln. Ja. Neue Anweisung gebe ich dann nach dem Sturz zu Riko. Okay, gut. So, gar kein Bock. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Oh, meine Hose ist lang. Die muss ich lang, ne? Ne, ne. Die Folge ist tatsächlich eigentlich schon wieder vorbei. Naja, egal. Ja, genau den möchte ich gerade verprügeln. Das wollte ich, genau das. Wobei, ich war jetzt nicht schon wieder low, glaube ich. Achso, ich muss ja... Bonus. Das ist nicht gut. Da bin ich selber noch schuld. Das gebe ich ja zu. Ging mal das Reise weniger kompliziert. Das ist ein Game für Casuals. Ja. Bäm. 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 Naja. Dann ist das halt so. Passiert den Besten. Passiert auch mir. Ich hätte ihn gerade richtig schön, äh, wie auch immer das heißt. Morphen können. Ne, ihr wisst schon. Drei Kreisattacke. Ja, ich wollte wieder mein eigenes Tier... Gott, rügeln. Ich will doch einfach nur ein bisschen reu, damit ich schneller bin. Das ist ja so schlimm. Sorry, ich war weg. Da gibt es ihm höchengeschrieben. Geht eigentlich. Das hat mir ja nicht ganz gut geholfen bisher. Besser als du. Ja. Äh. Hm. 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 W-blah, blah, blah. Chill. Dem, der, der, dem. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Sag bescheid, wenn ich mal keine Tipps schreiben soll. Äh, bitte hör nie damit aus, sonst kriege ich nichts mehr geschissen. danke ne mach ruhig weiter ich bin da manchmal natürlich überfordert aber wenn ich wenn du keine tipps geben würdest werde ich noch überforderte das kann ich dir versichern du bist von der regel ausgenommen die du vorhin schon geschrieben hast hier aber auch nur bei gegen mails wie ist das gerade passiert weiß ich nicht egal bumm tot vernichtung police kill me ja die funktion die emotes in groß darzustellen schon lustig ich kann diese funktion tatsächlich auch schon vorher aber ich habe sie nie benutzt weil ich irgendwie zu faul immer war aber schon lustig sie haben mitunter wie schlecht die emotes ausschneide hey hey das ist ein leon toter leon nur an t ich wollte die folge beenden film rammes auf bis zum nächsten mal tschüss so werde ich ja nicht werde mit dem stream heute ja ja Bis zum nächsten Mal.